Willkommen und Grießbrei zu der, ich glaube das ist jetzt die zehnte Folge, hey, Jubiläum, Jubiläum, von der, ja, der Grießbrei, oder heil zu Gott, heil zum Führer, ähm, wir, all hail to the leader, wir befinden uns hier in Germania, in Berlin, oder wie heißt das eigentlich, Helma, glaube ich, hieß das ja, und, äh, ach, wie sollen wir mal mit dem reden, hier, das ist doch Morris, oder, äh, ja, nee, einfach irgendeiner, was tun sie da, Ist immer noch das reinigen, und so, naja, gut, ähm, ja, wir wollen jetzt mit Emma reden, weil wir einige Probleme hatten mit sexuell übertragbaren Krankheiten, das ist ein super Volltipp für die letzte Folge, äh, haben wir AIDS? Also hatten wir doch Sex auf der Telefon, ich hab's gesagt, das ist nicht nur ein Kuss gewesen, das war richtig harter Unfolster, ich sehe schon den Volltitel, vor mir, Emma, gibt uns AIDS, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Also sagt der, bei D, also ich denke, das war, auf der Toilette bei D, war richtig viel, Finde raus, was passiert ist, Und? Was war mit Emma? Hat dein Buket, Emma, einen Eindruck? Ich denke so. Ah, und? Hat ihr, haben hier die Blumen gefallen? Ich denke, ich hab's verkauft. Ach, das ist nicht so schlimm, also ich sag mal, ich hatte gestern die richtig geilen Sex auf der Toilette, ja, also, da waren alles dabei. Sie hat ihn ausgelacht. Ach, so, im Moment, gelacht oder gelächelt. Gelächelt, aber was macht das für einen Unterschied? Das macht einen großen Unterschied. Also, bei mir hat die Gesorgung das, besonders. Übrigens, schon die Notiz, wir nehmen jetzt schon die zehnte Folge in einer Session auf, und bei mir ist es gerade 1.43 Uhr. Nein, bei mir nicht. Wir sind noch vollkommen anderen Zeitzonen. Ja. Bist du? Kuck, 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 kreisig, kopp. Ich habe, ihr habt keine Nerven. Oh, ich bitte, die Hilfe. Guck mal, die Taste an, ob man das schon geschafft hat, dann hat es eigentlich. Okay. Search of Courage, Dr. Dong, also. Äh, ja, das muss ich sagen. Hallo. Ach so, ja, lass mich zusammen, äh, was? Let me find something, ach so, lass mich irgendwas finden, mit dem ich irgendwie das ein bisschen, ja, pushen kann. Selbstvertrauen ein bisschen. Was denn? Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, das, was bei dir passiert, ist nicht so schlimm, dass ich jetzt von Emma jetzt habe. Was willst du? Hm? I'm the cure for cowardice. What did you bring me? Ja, der wird besoffen, dann durch die Gegend laufen. Ja, hoffen. Ich wusste, es war gut, dass wir den Whisky gewunden haben. Aber ich habe niemals. Nächste, Emma steht auf etwas härtere Kerle. Gibt immer ein erstes Mal. Alter, wir haben jetzt 250 Euro von dem bekommen. Aber iss was vorher, sonst fällst du mir noch vom Fleisch. Wir haben jetzt für den, für den Whisky 250 bekommen. Oh, der ist bedruckt. Jo, du Bitch. Ich habe gehört, du hast, der hat, du hast eben Aids geschafft, ja? Ich will jetzt auch von dir Aids haben, du Flampe. Au. Oder Scheiden. Scheiden, Scheiden, Scheidencremesuppe von Meistermark. Mein Kopf schlägt, mein Kopf schlägt. Ich weiß, mein Geopage hier. Geepa. Hase, hat dir ein riesiges Facebook-Kick. Ja, genau. Ich habe keinen Grund zu nehmen weiter. Kannst du mir helfen, du musst mir helfen, du musst mir helfen, du musst es dir. Ich versahle, ich werde, dass ich betrugen werde. Ja, ich habe dir gesagt, du sollst auch was essen. Aber okay. Versuche mal mit Emma zu reden. Jetzt musst du dir so erzählen. Was? Was, was? Wir sollen sich überzeugen, auf ein Date mit ihm zu gehen. Nein. Der klopft wieder ins Leere. Was ist passiert? Erstmal, nein. Erstmal wegen hier, ja. So, hast du schon die Folge gestern gesehen? Von unserer Serien. Äh, Werung. Von unserer Serie. Ach, äh, da nicht so was. Diese, das, das ist doch, die Storyline dieser Charakter hat geendet. Wir haben, wir haben neu, für neu an. Aber es wird wie es vor, war Skandale, Intrigen, Ermittlungen, Liebe. Der Führer wird immer, wird immer zurück. Ja, das ist das Schweizer, ich sehe schon, das ist groß. Da, mal, ach, danke, dass du ein bisschen, mich, 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 geschätzt hast, mit nur und das war wirklich schön, diese Freunde, Freundschaft plus. Mit gewissen Vorziehung. MeToo, Hashtag. Was sind das deine Anzeiten von Notizen? Ja, ich glaube, das ist wie bei Life Stranger oder so, wenn du was, wenn du was gerät hast, was vielleicht so ein bisschen, sorry, oder doch relevantes, wenn du mal ansprichst. Ja, erstmal, hau-schüsst du. Ah, ja, na, 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 äh, was macht also? Ach, nicht, ne? Kein Geld, das hast du mir! Mein, wo hab ich die 250 Geld? Ähm, hat ja, der hat ja, äh, Peter gegeben für den Whisky. Achso. Lass mich zu, oder was? Ja. Ah. Hat kein Geld hier und so, blablabla. auch aus der fleischen idee so menschen vielleicht sollte vielleicht mann finden oder einmal anderes platz für kinder und sind irgendwelche guten aktionen ja vielleicht sollten wir nicht mehr weiteren des horizonts und neue horizonte finden selbst findungsphase all das Zeug kennt sich heute auch im ganzen Frauenmagazin wilder frau ich höre ihr könnt also diese teams ja ja klar mach ruhig ich bestimmt weiterbringen okay danke weil ich hätte sie dazu bringen sollen anderen Job zu finden oder die Schuhe zu gehen über die Förderung für mich geht sie soll doch da bleiben der Person der Wille und Organisation so wir müssen noch weiter hier sind erzeugen was denn hat es die Berater Dingo diese Faktion Ach, der mag dich, oder nicht? Ach, äh... Ja, ähm, ich sag mal so, ganz nett, aber Peter ist, naja, ein kleiner Fisch in dem großen, 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 großen Wasserplanet. Also, ja, ähm, aber, äh... Smart und, ähm, harte Arbeit und, ähm... Er ist Smart, kein Ford, ein Opel. Dann könnte ich vielleicht weiterbringend zu. Äh, ich denke, so wirklich, also, er ist ja wirklich süß, aber, äh, hat mir Blumen gegeben, ja, aber, dies haben wir jetzt, also... Äh, das weiß ich nicht mal, welche Blumen ich mag, also... Ja, gut. Boah, ich muss mir ein bisschen Einfluss holen. Ja, gut, ich gehe arbeiten, ich muss heute zwei Schichten einlegen, glaube ich. Hm, na, wir haben aber noch viel Zeit, guck mal. Ah, oh, das ist mein Büro. Ja, dein Büro mit der Hand. Habe ich eigentlich hier wieder was drin? Nee, ja. Boah, ich hab viel zu viele Aufgaben. Nee. Nichts im Carp. Kann mich nicht auch jemand ausspionieren? Nö, keine Ahnung. Ja, ich muss mal wieder Badon eigentlich einbrechen. A ban on mass-mattern. Oh, Emma, komm, ach so, guck mal, die Mail, jetzt können wir hier, Rundmelder an alle. Ja, forgotten about me and you're denying your self-help. Ach so, ja. Von Rundmelder an alle. Hm, prima, falsch. Ah, I'd like to get a gun, was? And, I mean, where to get a gun? Oh, du Scheiße. Request. Okay, äh, order. Na, order. Ja, order. Ja, der soll mal zur Rechenschaft gezogen, wenn wir haben, Thirstack. Also können Sie auch nicht mehr die 101. Nö, er möchte keine Waffe erlaubt, äh, Waffenschein, er möchte direkt die Pistola. Er möchte eine No-Show. Aha. Nö, du bist wahrscheinlich doch Kultur, ne? Nö, ja. 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 Nö, ja, aber. Print. So, die billigste Rechnung, glaube Strom, können wir schon mal zahlen. Aber die anderen, also wir haben jetzt eh mal einen Traum, aber was recht. Hundert, eine hunderte Rechnung haben wird, die können wir schon mal bezahlen, so haben wir. Ne, 2,800er, glaube ich. Ne, 2,500er. Ne, 2,500er. 2,500er. Hallo, I have an explanatory statement, Ricardo. Ach du. Ach du scheiße, die möchte was zur Länge des Rocks ihrer Tochter. Ähm. Ach du scheiße. Das ist auch nur wie Chris. Und diesmal glory in Social Care. Kann sein. Ich will hier mal sein birthday. Nein? Oder. Schau. Leck mich. So, wir möchten ein Statement machen. Ich sehe meine, seine Schwiegermutter. die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter. Meine Arbeit bringt sie nach raus. Hahahaha. Hahahaha. Und die Zuckerwatt ist nicht süß. Hahahaha. Hahahaha. Ihr Name oder Armandad? Die Spie? Oh, der hat mit der Hitzeinsalator. ach du scheiße das order ja ja auch wenn es ziemlich banal ist das order gott komplett resistive newborns das wird dann wohl nur was ist das so schütter oder wobei ich noch mal das machen mal kurz die nachricht auf machen wird ja vom abkommt wird es kontrolliert das ist die 307 geöffnet ja bis jetzt ja fast alles offen was wir wollen alles heute aber für ein glück die truppen zwei stunden graffiti mhm wir brauchen ein anderes Leben so die wurde du ich hab sie so gut bei GUMMIEN okay es muss zum Ministerium für GUMMIEN über oder oder 101 ist offen gut und ein Tag von Dienstag nicht auf bei dennoch zu verändern konzikt und kräft konzikt was ist konzikt schützt ja und konzikt ihre und dann hat die 404 zu fecht geöffnet er kann aber einfach auf und für heute aber auch offen ob mich verliebt er möchte sich beschweren über sportequipment seine beschwerden uns keine person die haben sie sind so weit gegangen guckt und guck dir diese und tausend Scherz an Lupe Sport nach 17 sie hat immer geöffnet ja Mensch kann man zwei Rechnungen begleichen und wir könnten bei MR jetzt schon hier ne haben genügend können wir nur mal 4 Claude Renier jetzt auf meiner Couch sie möchte ihr keinen äh keinen äh pelzmantel kaufen ach du scheiße Denunziierung eindeutig und oder ja wir haben noch nie die Form falsch gehabt doch ich glaube man m am Anfang wusste nicht mehr dass man die weiter klicken kann naja da ist auf Prozent Romance New check for patriotism request patriotismus und auch information sein ist er 154 viel spaß ich glaube das war es jetzt ja machen wir schon Geld gemacht immer immer zwei Rechnungen berechnen und würde mit immer machen also ja wir müssen hier doch mal verkaufen bla 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 naja vielleicht nicht ja genau jetzt vielleicht nicht der richtige Traum der Warne wurde aber Prozent du könntest er ganz schnell bitte werden und Lebensversicherung abgören also haaa hier ist es ist viele Wege führen nach Rom immer und zur Not für eine Affäre stehe ich dir wenn du deine Krankheit gehalt kommt immer zur Verfügung das war dran ich werde ein größer Look nehmen das ist auch immer aus der Welt geblieben take a closer look what do you want jetzt müssen wir mit Peter reden ja jetzt wollen wir noch ein Auto bezeichnet so, das hat er recht ach so ja wir müssen ja hier diese Personal Development Organisation finden kennst du zufällig eine Personal Development? ja bei dem brauchen wir 999 weiß die was aber fast? ist vorbei gerannt ja ich frag sie hier, ich wollte sie was fragen hier das hier ja wenn sie vielleicht eine Personal Development Dingsbar, Pumptar, keine Ahnung schlagst du aus dem Kopf die Leber ist wattig wattig develop ah da können wir jemanden einfallen vielleicht können wir mal seinen Erzbein fragen im Fall so nü oder der Magda Magda, aber da müssen wir eine Stunde in der Schlange stehen ja aber, ich mach's doch alles ah hier können wir mit dem auch gehen ja, wir müssen was drüber machen ja, wir müssen was drüber machen nein, obwohl jemand hat gesagt, das ist mit irgendeinem Seminar ja, wir müssen was drüber machen naja, jedenfalls jetzt nicht mehr hat ein Geräusch und er hat gesagt, der hat so so, so stimmt aber, naja auf jeden Fall hat sie zugestimmt ja, aber du bist nicht ganz wichtig bla 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 und ja Englisch ist genau äh, ja, ja, ja ich oh! Peter, du hast ne Plan o, Baby CSS ja aber schon du schriffst was? guck ca was das Work хríts mal vor was? äh great eh großartige Plan Moment was? ich habe einfach nur zugestimmt in der Nähe von dir sein wenn du es ihr sagst, ja? aber nicht wenn man denkt nicht erst einweg wie du kommst mit jürgermeister den pass ja das was er bei dem steht aber alles durchgedacht ich hab hab mich hinter die in das Sicherheitssystem vor Jahren und vor Ewigkeiten ja und Prozent ab meine Zugangsrechte bis hin angepasst wenn er mal den Raum verlegt werde ich in ihr in den Bartelsbach einigen und viele Screens hat sie mit einem Verbindenden um jetzt haben wir ihn jetzt haben die wirst du connect to the camera und spiel funktionieren jetzt wird er angst ab mit dem reden wir weißt du sicherheitsdienst sicherheitsdienst oder nebenbei nicht und mir ging ich zum Terminal nein wir gehen zu Magda wenn wir noch mal fragen wir haben eine Zeit mhm nein wir müssen nur am Ende die eine Stunde für die Folge auf jeden Fall auf Befahrt ja irgendwie nur noch eine halbe Stunde am Ende haben wir nochmal heil da kriegen wir dann nehm ich noch zehn Punkten Prozent wenn die jetzt nichts hat für uns vor allem die Willen und die Welt Kompliment ja nackt aus die sehen echt toll aus wunderschön äh hebt deine Komplimente für dummkönig wie er immer Haser auf die effektieren mich nicht äh das ist jetzt nicht das Verkürstel machen wird mann mhm 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 das haben wir aber auch noch nicht mit ihr gemacht da rüber ein Versuchraum schade sie wusste auch nicht sie wusste was da ist ja ne da kommen wahrscheinlich erst im Endgame wenn überhaupt mhm 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 wirst er der Führer mh denn warum rennt er da warum rennt einer warum rennt einer umrennt einer ich würde gern mit dem hier reden ist er da rechten beim Mono nein da was willst du aber nicht schade hat man doch eigentlich schon was 5000 tausend Marco über was sie mit ihr abgemacht blablabla da war wieder die wasserfarbe naja auch für ein Jahr es ist sie eine Leiche bett nirgendwo ganz lustig also wieder so alles war es gab er und Applaus für Rotkrab wie ich war auch die Zelle wissen wir hier mit der Reden das ist so auch die Bauernsgruppe er wird natürlich haben wir vorgeguckt ein auch geboten zufragen für Spreng Nenner mit dem Konflik zu sehen wird so Terminal wobei ich dort erst mal versuchen bei den Sicherheitskräften zu melden aber ich will nicht wieder zum anfangen doch musst du aber mal gucken ob man das melden kann und stelle da bestimmte Aufgabe dann kann ich versuch mal ganz versuchen wir müssen ja erkunden jeder meter jeder zentier in der vollversion na kann sein unser Gärtner da geht der Gärtner oder hier der Hannibal Song hallo ich bin Gärt und ich bin Gärtner ah ja remember in december sind wir auch ohne Alkohol Herr Security Chef wir wollen grüßen MinisterPoliteia office könnte ich hier ach fuck wo ist denn das Terminal will ich mir vielleicht mich mit ihnen auch ansprechen das bestimmt gesagt und ich hab nicht aufgepasst was ist morgen keine Ahnung guck mal bei Task ja hab ich doch gerade da steht gewert weil lass ihn doch mal aufhören ja da kann ich nicht richtig drücken ist das das Terminal ich glaub das wär ein bisschen auffällig ne ne vielleicht müssen wir erkennen die hier der kleine der Automat mit dem wir gesprochen haben wo du tolles Feedback gegeben hast probier es nochmal ja genau da hat er gesagt dass ein bald Bild das ist Terminal pro Stunde ich glaub sie können gut entbehren ja ich gebe nochmal Feedback Complain nein 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 ein bisschen nein wir gehen vor uns gibt doch kein negatives Feedback gut alle Führer heil 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 obwohl der Typ bei 101 tot ist warten die immer noch da haben vielleicht schon neun eingestellt wir haben Fenster ist ja trotzdem zu neun aktuell ne ne welches Terminal ja dann schnapp uns mal mit dem Typen oder da ist er noch der hat anscheinend da war es doch grad ja da scheint so grad Discus ja das ist hier Personal Development das haben wir ja schon mit dem ja hier rüber wir dem hier rüber Anweisungen geben ah ja da ich bin bei Report da da sind sie doch ja schießen Emma also ich ja ja das hier oder Bikoki so wir müssen wir müssen doch dafür sorgen dass es scheiße baut ne 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 was okay wo hast du bitteschön gelernt mit Mädchen mit Frauen zu reden naja was auch immer ähm reden müssen ich muss heute noch einmal erwecken Date haben wir sollten vielleicht doch für ein Date zu oder nein er soll doch bei mir nie ob wir besser werden das wird gefilmt da kann das überhinter soll ich richtig planieren wir überspringen das mal ja du don't like children so jetzt I hate ich hasse Kinder die die schreien nur rum machen nur rum sind das ist nicht wie sie aber Kinder sind unsere Zucker zu ruft ist der Sieg vom Führer natürlich aber Kinder und also ohne Kinder die kommen nur keine neue Armee und auch gott es ist so viel vielleicht sollten uns noch mal ein Thema treffen ja und weiß was Peter ich ich hab noch was zu tun warum weil weil ich ich bin einfach sprachlos ja und du bist aber ich ja leider nicht kommen nein oh vielleicht wird er mal jetzt gefeuert werden dafür ne der hat ja belästigt doch bewahren wie dort nun an ich hab ich mag dong doch ja aber wir müssen doch den Brief bekommen ja talk to dong ich glaub der glaubt mir langsam nicht mehr dass das alles nur versehentlich ist also der ist schon ziemlich dumm dass er uns noch vertraut was was so und wie war's ein Desaster meine Liebe wird für immer unerwider bleiben so vielleicht können wir jetzt ja jetzt nochmal mit Hase reden hä wie können wir denn bitte schön dass er Angst bekommen oh das weiß ich nicht vielleicht müssen wir uns gleich nochmal reinhacken sollen wir gleich nochmal hacken gehen ja jetzt möchte ich erst mal boah der macht sich schon wieder in die Rand dieses Ekelpaket das hier müssen wir eigentlich auch noch machen hier Beförderung ja ich glaub das kriegen wir in der später nicht deswegen ist das auch gar ne Farbe ja das liegt ja kann sein medical bills Emma ähm wir sollten vielleicht reden ähm hast du noch vielleicht aber wir reden mit dir erst in der nächsten Folge über den Dock